So, Hallöchen und natürlich herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir befinden uns hier bei der Hunger Games und zwar Map 3 müsste das eigentlich sein. Ihr seht es nämlich, das sieht richtig geil aus. Und es geht ja auch gleich los und wir können uns jetzt auch erstmal nicht wegbewegen. Ich glaube es kommt ja gleich noch ein Countdown und dann werden wir uns mal ganz schnell nach vorne sprinten. Oder gehen wir nach draußen, mal sehen. Denn wir werden, ja, wahrscheinlich doch nach außen. Ich meine, in einer der Drohnen wäre sogar ein Eisenschwert gewesen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich spiele es zwar zum ersten Mal, aber ich habe es gehört, dass da irgendwie, ähm, ja, in irgendeiner Kiste ein Eisenschwert ist. Ich bin mal sehr gespannt, aber da gibt es auch noch andere Sachen und wir werden da jetzt einfach mal hinlaufen. Wir müssen uns natürlich dann auch ziemlich beeilen. In 8 Sekunden geht es los, ich freue mich schon richtig, denn das ist mein erstes Hunger Games Spiel hier auf einer Wareide-Map. Und es geht los. Es geht los. Und sie sprinten auch alle hier in die Mitte. Und jetzt müssen wir hier schon wieder weg. Wir haben nichts gefunden, leider. Wurden da nämlich wieder weggeschlagen. Wir gehen jetzt einfach mal durch diesen Ausgang hier raus. So, und wir dürfen die Pilze, dürfen wir abbauen. So, und weiter geht's hier. Und, ähm, man kann auch hier so ein paar Drohen finden. Die sind hier ganz versteckt auf der Welt. Und ich hoffe, uns folgt jetzt auch keiner. Auf jeden Fall eine sehr schöne Map, auch wieder mit sehr viel Landschaft, wie in den vorherigen Adventure-Maps. So, wir nehmen uns natürlich ein paar Pilze mit, damit wir hier auch nicht verhungern. Das wäre nämlich nicht so schön. So. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Pilzen. Und wir gehen natürlich weiter. Ähm, mal sehen, wo wir jetzt Kisten finden könnten. Aber hier sieht's momentan nicht so danach aus. Weil wir müssen natürlich auch aufpassen, dass uns auch keiner wegbasht. Das wäre nämlich sehr negativ. Aber, wir sind hier mitten im Wald. Hm. Also, wenn ihr Bock habt, hier auch mal auf so einem Server hier zu spielen, dann, äh, geht einfach mal auf den Link, der in der Videobeschreibung steht. Da ist die Homepage, wo dann angezeigt wird, wann die Server dann starten. Ihr könnt euch da auch gerne einen Account machen. Und dann könnt ihr auch auf den Server joinen. Und da sind momentan wirklich ziemlich viele Accounts gemacht worden. Und das ist wirklich ganz schön. Und ich glaube, da ist sogar gerade einer gestorben. So. Wir dürfen nur Blätter abbauen. Und Pilze. Oder Gras oder sowas. Aber keine Blöcke. Okay. Ich sehe hier gerade echt gar nichts an Drohnen. Also, ein Schwert sollten wir auf jeden Fall schon mal finden. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Ähm. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier mal auf diesen Berg hier gehen. Vielleicht sehen wir ja von da irgendwelche Drohnen. Ähm. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wo hier Drohnen sind. Absolut gar keine Ahnung. So. Vielleicht gehen wir auch mal ein bisschen weiter da nach hinten. Vielleicht sind da eher die Drohnen. Mal sehen. Ich kenne mich ja hier überhaupt nicht aus. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf Headset spielen, weil... Was haben wir denn da eigentlich für ein Ding? Da gehen wir auch mal drüber, wenn wir das können. Wir müssen auch ein bisschen auf Headset spielen, damit wir mal irgendwie so einen Fallschaden oder so hören. Würde ich jetzt Musik irgendwie reinklaschen, würde ich natürlich auch irgendwie kaum was hören. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ohne Musik die ganze Aufnahme hier gestartet. Und ich denke, das ist aber okay für euch. Denn es geht nämlich jetzt einfach nur da rum. Und da hinten haben wir einen. Oh, 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 oh. Der hat gesehen, dass wir nix haben. Und wir lassen uns hier mal fallen. Ein Wasserfall. So, können wir uns hier irgendwie verstecken. Ich kriege keine Luft mehr. Wow. Was haben wir hier? Eine Truhe. Stick. Hier irgendwo noch eine Truhe. Ah, ich habe gerade keine mehr gesehen. Aber hier ist eh wieder eine. Ah, ich sehe hier aber echt keine. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal nochmal runter. Ich habe nämlich keine Lust hier zu sterben. Oh, was haben wir hier? Mal gucken, was wir hier so haben. Oh, oh, wir müssen schnell mal hoch. Oh, wir kriegen Leben abgezogen. Oh, mein lieber Mann. Da hätten wir mal besser aufpassen sollen. Ui, mein lieber Mann, was haben wir denn hier gefunden? Wir essen erst mal was. Und. Nun. Ähm. Was haben wir denn jetzt hier? Hä? Die leuchten jetzt die Dinger. Ich weiß gar nicht, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir denn hier? Es scheint so, als wäre es ein sehr mysteriöser Raum. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier passieren soll. Was ist das für ein Block? Oh, wir machen uns auf jeden Fall erst mal was zu essen. So. Oh, oh. Aber auf jeden Fall der Typ. Ich hoffe, dass der uns jetzt nicht gefolgt ist. Das wäre natürlich sehr blöd. Okay, also, ich habe echt keine Ahnung, was hier in diesem Raum sein soll. Kann ich hier noch irgendwie hochklettern oder so? Ha. Sorry, aber ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal wieder hier raus. Tja. Hier sind auch keine Truhen mehr, oder? Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass hier keine anderen noch sind. Uiuiui. So. Haben wir vielleicht hier irgendwo noch Truhen am Rand oder so? Gucken hier einfach mal vorbei. Vielleicht finden wir ja noch was. Wenn nicht, dann nicht. Ui. Und was haben wir da? Okay, hier geht es wieder zum Spawn. Wollen wir als Wagen und zum Spawn laufen? Vielleicht ist da noch was in den Truhen? Oh mein Gott. Wir machen es. Wir machen es. Und ihr seht das hier, die ganzen Leute, die können hier mit Spectate, können die hier rumfliegen. Alles leer, hätte ich mir auch denken sollen. Naja, egal. Wir haben bislang ziemlich wenig hier gefunden. Deswegen müssen wir mal schnell mal wieder hier raus. Weil hier sind wir am schnellsten zu finden, sag ich mal. So, jetzt hier einmal drüber. Ach, komm schon. So. Ach, hier sind wir doch auch hergekommen. Dann bin ich nicht direkt den Wasserfall hoch. Naja, egal. So, diesmal gehen wir hier aber in die andere Richtung. Ich hoffe, dass der Typ uns verloren hat, aus den Augen verloren hat. Sonst wäre das ziemlich blöd von uns, wenn wir jetzt hier noch immer so wieder hier rumlaufen. So, hier jetzt einmal hoch. Mal schauen. Warum wird es hier auf einmal so... Ach, es wird Tag. Es wird Tag. Es wird Licht. So. Das sieht aber richtig geil aus, finde ich hier. Die Maps von Vareide sind wirklich ganz stark. Oh, scheiße. Wir bräuchten echt mal eine Druhe. Eine weitere Druhe. Weil ohne Schwert haben wir wirklich keine Chance. Wir haben es ja eben schon gesehen. Der eine Typ, der hatte sogar irgendwie Stein oder Eisen sogar. Also, da müssen wir schon jetzt echt aufpassen. Dass wir da auch irgendwann mal was finden. Ansonsten sind wir natürlich ziemlich aufgeschmissen. Mit unserem wenigen Zeugs, was wir hier haben. Also, ein bislang nicht so guter Start. So. Mal auch immer mal ab und zu hinter uns gucken. Damit uns hier keiner verfolgt. Und wir den dann auch frühzeitig bemerken können. Ansonsten schleicht sich dann einer von hinten an. Und wir wären direkt kaputt. So. Schweinchen. Okay, das dauert jetzt ein wenig lange. Und es hat uns relativ wenig gebracht. Nämlich eigentlich gar nichts. Nur Erfahrungspunkte brauchen wir nicht. Aber eigentlich ist Essen nicht unser Problem. Wir haben ja eine Schale und ziemlich viele Pilze. Und so eine Schale gibt ja, ja, ich glaube, wie viel gab es? Ich glaube, vier Hunger? Irgendwie so. Gab es auf jeden Fall. Wir hatten es ja eben schon mal ausprobiert. Ich glaube, auf jeden Fall genug. So, dass wir jetzt relativ viel wieder haben. Ähm. So. Aber ich sehe bislang hier keine Droh. Entweder ich laufe immer vorbei. Oder ich finde sie wirklich nicht. So. Huh. Und mir wurde gesagt, dass auch vier dieser Map drei ähm... ...am wenigsten Drohnen sind von den drei Maps, die Wareide gemacht hat. Aber das heißt ja nicht, dass wir hier nichts finden sollen. Also wir sind hier mitten im Wald. Da hinten war Wasser. Da könnten wir ja mal nochmal vorbeischauen. Okay. Da ist schon mal Rand der Map. Das kann sogar mal gar nicht mal so schlecht sein. Ähm. Wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung. Oh. Was war das? Ach. Gar nichts. Ich habe irgendwas Dunkles gesehen. So. So, so, so. Hm. Was ist das? Ach ja. Stimmt. Das war ja nur, äh... Das Glas auch unter Wasser. So sah ein bisschen merkwürdig aus. Aber die Map, die ist schon ziemlich groß. Weil ich finde hier immer... Immer noch nichts. Mist. Ich bin von Anfang an, glaube ich, falsch gelaufen. Und es sind übrigens noch neun Leute dabei. Und wir haben hier, glaube ich, am wenigsten Equipment. Deswegen sollten wir jetzt echt mal gucken, wo wir hier was finden. Was haben wir da? Eine kleine... Oh, Mini-Insel. Vielleicht hat das was zu bedeuten. Ich hoffe ja mal schon. Wir schauen einfach mal vorbei. So, vielleicht finden wir ja hier so ne Truhe unter Wasser oder so. Kann ja sein. Ähm, mal schauen. Komm schon. Mal hier irgendwo was. Ne, leider nicht. Das ist einfach nur Sand. Und... Naja. Okay, an der ganzen Küste sehe ich momentan gar keinen. Das ist schon mal sehr schön. Ansonsten, wenn uns hier einer sehen sollte, müssen wir direkt weglaufen. Und ich kann gleich auch noch mal was essen, damit wir voll sind. Das mache ich hier mal. So. Okay, wir... Also, falls wir noch Pilze brauchen, dann hier diese braunen. Weil wir davon vier zu wenig haben. Okay. Aber an Essen wird es uns nicht mangeln. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ähm. Aber wie gesagt, wir haben immer noch keine Truhe gefunden. An hier der Küste zum Beispiel. An der Küste. Äh. Acht sind nur noch online. Oder drin. Und drei Spectators haben wir auch noch. Also Spectate. Wisst ihr ja hoffentlich. Das heißt, die können hier rumfliegen. Sie können gucken, wo befindet sich ein anderer. Aber sie können... Sie könnten natürlich auch Auskunft im Chat geben. Aber das machen sie nicht. Weil das natürlich auch unsportlich ist, sage ich mal. Ähm. Aber das Problem ist, wir finden hier nichts. Das ist ziemlich blöd. Kacke. Die haben jetzt gewiss alle Schwerter. Und ich habe hier gar nichts. Bis auf einen Stock. Der mir bislang noch nicht viel bringt. Es kann aber sein, dass ich dann irgendwann mal... Zwei Eisen finden sollte. Da müsste ich zu dem Spawn. Und dann die Werkbank da ausnutzen. Dann könnte ich mir zum Beispiel ein Schwert machen. Aber wir sind ja jetzt schon mal unter den Top 7. Unter den Top 10. Das ist ja auch schon mal ein Erfolg. Aber wir überleben nur. Wir haben noch keinen weggebettelt. Und die, die hier jetzt die Leute wegbetteln. Die haben natürlich auch noch mal einen Vorteil. Weil sie das ganze Zeug von denen bekommen. Und jetzt sind nur noch sechs Leute drin. Ich glaube, sie battlen sich da echt schon heftig. Vielleicht in der Nähe des Spawns. Und wir sind einfach noch auf der Suche nach irgendwelchen Sachen. Aber wie gesagt, wir finden hier nichts. Das ist merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Oh, was haben wir hier? Ich hab's mir schon gedacht. Eine Falle. Okay, da müssen wir natürlich immer aufpassen bei so Fallen. Die gibt's natürlich auch. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Wenn man dann nämlich weiterläuft, dann aktiviert sich der Redstone. Und man ist da drin gefangen. Eine Kiste. Jetzt haben wir hier aber mal eine. Wunderbar. Wenigstens mal ein Teil Rüstung haben wir hier. Jetzt, jetzt finden wir mal was hier. Endlich. Sechs Leute nur noch online. Ah, das läuft doch wie am Schnürchen. Wenn die hier alle so rumsterben, freut es mich natürlich. Ähm, wir gehen mal weiter nach hier an der Küste. Einmal hatten wir jetzt Erfolg, dass wir hier wieder was gefunden haben. Oder endlich nochmal was gefunden haben. Und zwar ein, eine Lederhose. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Ja, ja. Das erinnert mich immer an Lederhosen. Also so Bayern und sowas, ne. Ist ja bekannt für Lederhosen. Und. Jo. Was haben wir denn da hinten eigentlich? Hier geht's auch nochmal so rein. Aber da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht rein. Ich fühle mich hier relativ sicher, muss ich sagen. Und. Mal sehen, ob wir hier noch was finden. Ich hab jetzt, ich hab jetzt nochmal neue Hoffnungen geschöpft. Und hier die ganzen Bäume, die kann man natürlich auch hochlaufen. Äh. 45 Minuten. Time until final deathmatch. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Da haben wir eine Truhe. Müssen aufpassen, dass hier keiner ist. Das ist ein ziemlich offenes Gebiet hier gerade. Schauen wir mal. Jawoll. Ein Eisenschwert. Ne, ein Steinschwert. Sorry. Einen Bogen haben wir auch noch gefunden. Perfekt. Jetzt haben wir schon mal ein Schwert. Hui. Die war wichtig, die Truhe. Sehr wichtig. Bogen und Schwert. Nur leider keine Pfeile. Schade. Schade, schade. Aber. Aber.